In diesem Video beschäftigen wir uns kurz und prägnant mit dem Breakout, der letzte Nacht stattgefunden hat. Wir schauen uns noch konkret an, was uns vor der 10.000 Dollar Marke im Weg steht und fokussieren uns am Ende noch auf die nächsten Einstiegszeitpunkte. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Es ist der 27.05.10.50 Uhr und ich möchte euch in diesem Video wirklich nur kurz und prägnant ein Update zu der neuen Situation geben, die meiner Meinung nach sehr relevant ist. Und für alle, die es gestern nicht mitbekommen haben, wir haben die Range, die wir seit dem 13. Mai durchgehend gehalten haben, mit einer sehr starken Kerze nach oben durchbrochen und es sieht so aus, als würden wir jetzt bald über die 9.000 Dollar gehen. Und ich möchte mich gerade nochmal auf die Ausgangssituation fokussieren. Ihr könnt euch bestimmt noch an diesen Tag erinnern, das war, als der Bitstamp Whale für den Flash Crash auf BitMEX gesorgt hat. Im Nachhinein betrachtet haben wir jetzt nämlich die perfekte Antwort auf dieses Preisverhalten. Die These war ja damals schon, dass dieser Bitstamp Whale eben den Preisstamp initialisiert hat, um auf der Derivatbörse BitMEX größere Positionen zu füllen. Und das hat der jetzigen Price Action nach zu beurteilen auch gemacht. Daraus ist dann eines für mich der schönsten und wirklich am meisten reproduziertesten Preisverhalten entstanden. Ich habe das Preisverhalten eigentlich konkret im Forex-Markt kennengelernt. Er ist ziemlich genau studiert und dann auch auf dem Kryptomarkt umgewälzt. Ich habe das Ganze am 18. Mai hier auch auf meinem Twitter-Account getweetet, dass ich als nächsten Schritt sehe, die 8400 aus dem Markt zu nehmen. Könnt ihr hier auch gerne folgen. Ich nehme das Ganze gerade nochmal raus, da wir hier das Ganze schön auf dem Screenshot haben. Das Preisverhalten ist wie folgt, dass wir hier eine Range etablieren. Wir halten den Support hier, gehen hier hoch, haben hier Resistance, haben dann diesen Fake Move. Das ist der entscheidende Schritt Nummer 1. Das Fake Move, der schnell nach unten geht, das wollt ihr sehen, einen schnellen Abverkauf. Ihr wollt nicht diesen langsamen Abverkauf sehen mit grünen Kerzen, sondern einen schnellen Abverkauf, weil der dann auch wieder schnell gefüllt werden kann. Was dann damit passiert, ist eben einfach die gezielte Manipulation des Marktes in eine Richtung, um eben die Leute, die jetzt in dem Markt als Käufer sind, auszustoppen und eben das alte Schema, was ich immer wieder erkläre, Positionen für größere Institutionen, sozusagen größere Trader zu füllen. Was die meisten dann machen, ist, sie shorten dieses Level. Das heißt, sie warten, bis der Kurs hier zurückkommt, shorten das Level und hoffen auf einen Breakdown. Das funktioniert im Regelfall zwar relativ oft, aber nicht, wenn das Sentiment bullish ist. Also diese Levels zu shorten würde ich nicht machen, wenn wir in einem Uptrend sind. Nur in einem Downtrend, da funktioniert das perfekt. In einem Uptrend warte ich, bis wir über dieses Level kommen und bis wir diesen Support reclaimen. Und alles, was dann in diesem Bereich ist, in diesem grünen Bereich und auch bis zu diesem Bereich, der Stop wäre konkret unter diesem Low, wäre dann für mich ein Kauf und eben mit Ziel über das nächste High. Die nächste Liquidität ist immer das nächste High, also 8400 in dem Fall. Und wir gehen wieder zurück zum Chart, halten das Ganze so simpel wie möglich und suchen uns die nächste Zone, die uns interessiert. Die nächste Zone ist einfach 8300. Wenn der Breakout wirklich echt war und kein Fake-Breakout nach unten, wie zum Beispiel in diesem Fall hier, auch schon vorhin angezeigt, dann muss diese Zone halten. Ich hoffe und ich spekuliere auf ein ähnliches Szenario wie hier. Das heißt, wir hatten hier diesen Breakout. Wir haben ja das Ganze von der Price Action ein wenig anders, aber wir hatten hier auch den Tetherfad. Das war der 25. April im Vergleich zum jetzigen Bitstamp-Szenario mit einer schnellen Kerze nach unten. Der Markt konsolidiert darunter. Kommt wieder hoch, testet den Support einmal. Füllt diese Lücke nach oben schnell auf. Kommt hier drüber und dann ist es ein wenig unterschiedlich wie oben nämlich, weil hier haben wir die Konsolidierung. Testen das Level aber erneut und dann eben der nächste Run, der nächste größere Run. Das hoffe ich hier auch konkret. Habe aber ein, zwei Faktoren, die mich ja noch ein wenig bedenklich stimmen für ein weiteres Uptrend-Momentum. Nämlich Nummer 1, das Bitmax-Funding. Das Bitmax-Funding ist derzeit bei 0,3% für die Longs. Das ist einfach unfassbar hoch und eigentlich im Regelfall immer so ein Zeichen, dass eine Rallye ein wenig an Schwäche verliert. Das Ganze dürfte jetzt nicht falsch deuten. Ich bin extrem bullish, aber ich würde jetzt, mich würde es nicht wundern, falls wir auch nochmal einen kleinen, schrägstrich größeren Pullback auf dem Stundenchart in diesem Bereich sehen. Also 8200 bis 8100 wäre kein Weltuntergang, auch um diese Ineffizienz ein wenig aufzufüllen. Das Funding vielleicht kurz erklärt. Das ist die Rate, die Longs an Shorts zahlen müssen oder Shorts an Longs, je nachdem wie das derzeitige Funding aussieht. Momentan ist es eben bei 0,3%. Das heißt, auf eine 10.000-Dollar-Position müsst ihr alle 8 Stunden 30 Dollar bezahlen, wenn ihr mit 100.000 Dollar im Markt seid 300 Dollar. Das ist ein extremer Anreiz für die Leute, die Longs sind, ihre Position zu schließen und eben Profit aus dem Markt zu nehmen. Und für die Shorter ist es ein Anreiz, dieses Funding zu kassieren. Ihr müsst euch vorstellen, wenn jemand mit einer 1-Million-Dollar-Position in den Markt geht, was auf BitMEX einem ziemlich oft der Fall ist, kassiert er alle 8 Stunden 3.000 Dollar nur fürs Trading, also komplett passiv. Die nächsten Ziele, wie angesprochen, was haltet uns von der 10.000-Dollar-Marke entfernt, ist jetzt ganz interessant. Ich nehme jetzt wieder hier den 3-Tages-Chart als Hilfsmittel zur Hand. Wir werden jetzt konkret von dieser Marke hier gekappt. Das sieht man, glaube ich, auch ganz gut. Die nächste Resistance, die nächste Angebotszone, Supply-Zone, die uns eben unter den 9.000 Dollar haltet. Wir haben diesen Support jetzt gebrochen, diese Resistance gebrochen, sorry, die uns jetzt als Support dienen wird am 3-Tages-Chart. Das heißt, irgendwo in dieser Range sind unsere Käufe bei 8.100 bis 8.200. Und das ist unsere letzte Resistance, bevor wir wirklich Richtung 10.000 marschieren. Ich gehe davon aus, dass, sollten wir hier durchbrechen, den Bereich hier oder dieser Bereich hier nochmal als Resistance dienen wird. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass wir da komplett wie Butter durchgehen, weil wir haben hier diese Zone geformt, wir haben hier den Abverkauf geformt, gehen hier rauf. Das heißt, sollten wir in den Bereich 9.900 kommen bis 10.048, was schon sehr spektakulär wäre, würde ich wahrscheinlich hier auf einen kleinen Abverkauf spekulieren, um dann endlich mal weiter unten noch größere Positionen aufzufüllen. Das ist nämlich auch das entscheidende Ding. Es ist extrem schwierig zur Zeit, in diesen Markt zu kommen. Es war hier die Akkumulationsphase, wo ich auch Positionen wieder füllen konnte und wo man auch die Chance hatte, in den Markt einzusteigen. Es war dann auch irgendwie klar, als wir diesen Reclaim gesehen haben, dass wir nochmal ein Stück nach oben pushen. Aber es ist trotzdem ziemlich schwierig, momentan größere Order zu füllen, weil natürlich hier sehr risikoreich ist, zu kaufen, wenn man davon ausgehen würde, vielleicht nochmal einen Test bei 6.000 zu sehen. Es ist momentan wirklich das Schwierigste an diesem Markt, die Einstiege zu füllen, aber ich versuche es. Und ja, 12-Stunden-Chart sieht auch gut aus, 12-Stunden-Chart, diese Range durchbrochen, Support hier sieht genau gleich aus, 8.200, 6-Stunden-Chart sieht man es nochmal deutlicher, in diesem Bereich hier. Und das war es auch schon in diesem Video. Wie gesagt, ich wollte es wieder so prägnant und simpel wie möglich halten, einfach ein kurzes Update, um euch auf dem Laufenden zu halten, kein 15-20 Minuten Video, das kommt ein anderes Mal. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video.